Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon Online Ranked Battles, mein Name ist Lockerzeit und heute machen wir eine Runde Turmkommando, einfach, ja, weil es wieder mal Zeit wird. Irgendwie, ja, spiele ich in letzter Zeit relativ wenig Turmkommando und ich habe keine Ahnung warum das so ist, weil eigentlich spiele ich zu relativ zufälligen Zeiten, also wann ich jetzt eben gerade Zeit hätte oder so ähnlich und meistens fällt es eben darauf hin, dass, ja, wenn ich mir das, dass Goldfisch oder Herrschaft kommt, also Operation Goldfisch oder Herrschaft und ja, dementsprechend, ja, habe ich mir gedacht, ich warte jetzt eben noch die eine Runde, damit wir jetzt eben dieses Turmkommando oder spielen können, können in der Dekabandstation und Moränen-Türme und ja, schauen wir mal, ich bin mit meinem Turbo Blaster unterwegs, mit meinem überaus treuen Turbo Blaster und ja, schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe mal was Gutes. Hä? Oh, jetzt bin ich mir schon durch, jetzt stehe ich gleich. Uh, ein Toter. Noch ein Toter. Okay, nice. Äh, warum fahren wir nicht mehr in den Turm? Ich habe mir gedacht, wir fahren gut. Habe ich mir gedacht. Bin auf mein... Oh, ich habe einen Kill gemacht, cool. Ich lebe noch, cool. Oh, fuck. Hinter mir. Okay. Nicht übertragisch, weil... 47. 47 ist gut genug. Für den Anfang. Aber, ja, das passt schon. Das passt schon. Gutes Team. Bauen wir mal hinter bisschen aus. Einfach, dass nichts passieren kann. Jetzt werden sie demnächst einmal untergreifen. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Ich bin in Deckung. Ausnahmsweise. Was habe ich gerade gesagt? Da gehe ich lieber in Deckung. Ah. Okay, es läuft noch nicht. Oh, oh. Wir sind alle gestorben. Ich glaube, das Ultimate ist dumm. Ich habe einen killt. Drauf wir auf den Turm. Ja. Nein. Ich weiß nicht. Er kehrt zurück. Ja. Das ist gut. Für den Anfang. So, dass die Schuhe wieder da bin. Oh, ich bin zu spät. Fuck, ich kann nicht. Haben wir es gecleared? Okay. Irgendwo, da ist schon eine Bombe. Ah, gut. Es gibt es auch nicht. Habe ich jetzt echt so ein komisches Duell mit dem Kollegen gehabt. Ah. Und es ist nicht einmal safe zum Springen. Da ist alles so halbgrün. Das ist auch sehr ärgerlich. Haben wir keine Kollegen, die etwas ein bisschen einfärben können. Das wäre sehr hilfreich. Ich sage es, wie es ist. Na, da war ich nicht so nah, wo ich nicht. Ich habe die Bombe gesehen. Ja. Das ist schon klar. Aber so nah war ich dann doch nicht. Ich glaube, das ist sogar safe. Würde ich mal so spontan behaupten. Boah. Was tut der? Oh. Ah. Meine Hinterlandschaft war nicht safe. Lebt noch einer von uns? Ja. Der ist gerade da. Oh mein Gott. Okay. Nein, das schaut nicht gut aus. 37 Sekunden, um noch 45 Punkte zusammen zu kriegen. Das ist ein bisschen blöd. Und... Na, ich bin... Oh weh. Get. Get. Get herst. Zu spät reagiert. Für alles. Äh, auch für auf den Turm. Kollegen. Ja. Ich habe es probiert. Ich habe es probiert. Ich habe es probiert. Ach. Okay. Ja. Manchmal läuft es. Und... Ja. Diesmal nicht so ganz. Moment. Wir haben einen... Wir haben einen Einsatz gehabt und der hat nichts eingefirbt. 4-4. Echt jetzt? 4-4. Das schreit eigentlich danach, dass er hinterher ein wenig eingefirbt. Aber... Viel habe ich davon nicht gesehen. Ha. Na ja. Hilft dir nichts. Hilft dir nichts. Ich werde trotzdem noch ein paar Runden weitermachen. Andere laube ich jedoch. Und ja. Schauen wir mal. Vielleicht schaffe ich sie auf S plus heute. Aber wenn es so weiterläuft. Vielleicht nicht. Schauen wir mal. Ich gebe mir ein Bestes und wünsche mir Glück. Und da sind wir auch schon in den Muränen-Türmen. Der Grund, warum ich einen Turbo-Blaster habe und nicht meinen treuen Luna-Blaster. Weil Muränen-Türmen, das verlangt ein bisschen nach Range schon. Weil, ja, zu wenig, äh, wie nennt man das? Äh, Deckung für mich. Und, ja, ich bin nicht so da up close am Personal-Typ. Oh, bist gestorben. Zu aggressiv. Oh, ey. Das muss nur lernen, der Gegner. Hui, hallo. Just to do. Ich stüpple. Ah, fuck. Was hat da eigentlich gegnerische Sniper? Ich weiß es nicht. Was sehe ich nicht. Ich vertraue mal drauf und sage na. Nice. Und ich wollte nicht durch den Sprinkler drauf gehen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein No-Go. Das ist ein No-Go. Oh, ey. Ah, er ist gestorben. Haha. Ein Hoch auf Tintenminen. Au. Der kämpft da. Das ist mein Tintenminen nichts. Schade. Aber die einzige Zweite, die noch leben ist, die noch hinten, war keine Ahnung, was da tut, weil der Turm fortgerollt. Ich war mal erst getötet, aber... Ah. 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 Lebt der Sniper da oben noch? Ich weiß es nicht. Okay. Da lebt einmal nichts. Wann zieht der Sniper auf mich? Jetzt. Hab nicht länger können. Ach. Sehr gut. Und jetzt auf den Turm. Schnee. Sehr gut. Und ich springe auf den Turm. So früh, wie es geht. Wir führen. Nice. Die waren zwei Booty. Ah, direkt Treffer, aber es hat nicht gereicht. Aber mit der Bombe... Auch nicht. Schaut. 30 ist aber gut. 30 ist gut. Weißt du was? Das ist nicht mehr Sprungpunkt. Zeigt sich aus. Der hat nicht einmal Run Speed. Der hat mich ein erhöht. Ja gut, Anzap. Ist eine schnelle Waffe. Gut zu Fuß unterwegs. Das Problem ist, sie färben da gerade ein. Weißt du, im Prinzip soll ich safe bleiben. Oh, und mein Handy schreit schon. Ah, das meinet. Ich war vorbereitet. Okay. Läber safe machen. Und dann handeln. Wir haben nichts zu verlieren derzeit. Wir führen. Wir müssen nicht von. Der Gegner muss von. Wir müssen nicht von der Zeit gehen. Wir müssen da kommen. Nice combo play. Allein hätte ich nicht umgebracht. Okay. Yay. Okay. Na, gutes Ende. Das passt. Ja, ich glaube, das haben wir gut als Team zusammengelöst. Glaube ich jetzt einmal. Ja, ja. Ich bin zufrieden. Sagen wir noch. 8.5. Endlich mal eine positive Statistik. 5.8. 8.5. Das passt schon. Und ein Punkte plus. Zwar nur zwei Punkte, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht wird es ja noch mehr. Und ja. Ich hoffe, dass ich jetzt so weitermache, wie die letzten zwei Kämpfe. Und ja, dann wird es schon gut gehen. Okay. Es wird wieder einmal Zeit für einen Sieg, weil Moränen-Türme sind wieder angesagt. Okay. Wir werden schon funktionieren. Wir haben einen Lunar Blaster und einiges anderes. Gegner hat keinen Snapper. Heißt, ja, ich habe fast freie Range über über gute Standorte. Und ja. Ist zahmig. Ist zahmig. Okay. Ich gehe mal da auf die Seiten. Gegner war mal ganz schnell, aber das macht's scheißegal. Ich sage noch einmal ein wenig und dann Was gehört zurück? Nix da. Unseres. Wow. Viel Schaden. Nicht geil. Ich habe noch eurer. Ich habe noch eurer keinen Killed. Ein Direkttreffer und eine Bombe nebenbei. Das gibt's ja nicht. Oder? One Kill habe ich schon. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Mir wurscht. Solange wir den Kampf jetzt gewinnen, ist mir alles andere ziemlich wurscht. Ah. Ich habe zwei nicht getroffen. Ich treffe nur immer zwei. Wo sind die? Da ist einer. Hi. So. Der muss sterben, gell? Nur dass das klar ist. Ja, die Bombe war gut noch was vom vom Gegner. Du weißt, sie schadet dem nicht. Hahaha. Gegner führt nicht. Umso aggressiv springen. Verstehe ich das nicht. Gut, wenn es aufgeht, dann ist das nicht schlecht. Aber jetzt im Moment werden sie eben durch diesen aggressiven Sprünge einen Haufen Punkte verleihen. Triple. Sweet. Ich wollte gerade aktivieren. Das Eize. Verzögertes Einfirmen. Das hat man so. Oh, da war noch ein Gegner. Den hätte ich jetzt nicht ohne Schaut. Nicht tot. Echt nicht. Oh. 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 Wurscht. Hahaha. Oh. Bye-bye. Hahaha. Das war ein riskanter Sprung, aber wurscht. In dem Fall, glaube ich, geht's. Ich weiß nicht, dass ich da bin. Ah, gut. Oh, yeah, sweet. Getraded. Okay. Ich wäre besser. Ja. Das zahlt mich. Ich weiß, das ist höchst riskant gerade. Aber im Moment ist das, glaube ich, nicht einmal so schlecht. Was hat mich gerade gekillt? Ah, der Lunar Blaster. Der, was aufgesprungen ist. Er hat sein Leben dafür gegeben, dass er mich killt. Okay. Soll ich mal recht sein? Ist, glaube ich, in dem Fall nicht einmal so schlecht gewesen. Weil, ja, sie haben das Vorrücken aufgehört. Ist nicht schlecht. Ist schon tot. Na, wie kann er noch? Echt nicht. Feuerwischt. Wurscht. 5, 4, 3, 2, 1. Chaos Sieg. Wahnsinn. Okay. Es scheint so, als hätte ich meine zwei vorherigen Kämpfe jetzt gerade mit diesem Kampf vergessen. Weil der war geil. 14,7. Wow. 12,1 von dem Sniper-Kollegen. Not bad. Wahnsinn, ja. Der kriegt eine Scheibe Respekt. Ich schneide ein bisschen mehr. Was? Da, Scheibe Respekt. Ha! Nice. Okay, nein, das gefällt mir. In dem Fall hoffe ich, dass ich noch einmal mit dem gleichen Sniper gepaart werde, dass ich noch einmal so gut gewinnen kann. Ja, wird schon laufen. Okay, und beim letzten Kampf des heutigen Tages treten wir in den Murinentürmen an. Okay, wird schon funktionieren. Wir haben keinen Sniper, der Gegner hat einen. Au, weh. Das gefällt mir nicht. Sondern es sind Murinentürme nicht. Wenn ein Sniper-Duell ist, dann ist es eh halbwegs. Okay, aber Sniper-Einseitigkeit ist ein bisschen ärgerlich. Ah, da kann ich nicht auf. Ich kann einen Hexen so antäuschen. Jetzt sieht der Sniper schon da her. Na, wenn nicht. Ah, da ist er. Ne, die Position vom Sniper ist immer sehr hilfreich. Ah, gut, dass er verfeit hat. Ich wollte nicht draufgehen. Aber ich hab draufgemüßen, naja. Zu gut gezielt hat. Ich springe mal. getradet. Instabombe? What the fuck? Hat er ein Kunststück gemacht mit Instabombe? zu trauen? wort ist er. Nein, gut, 49 ist aber gut genug für den Anfang. ist er. Ja, Ja, genau herst. Das war der einzige Überlebende vom Gegner-Team. Wahrscheinlich hat er ein Sniper. Uh, gutes Ultimate. Ah, fast. Jetzt probiert. Oh, oh. Hat der gerade im Nahkampf gekillt? Not bad. Man, not bad. Zieht auf mich. 100% Überrollt. Okay. 69. Ja, das passt auch. Auf jeden Fall, dass da einer rauf. Zieht rot. Ah, fuck. So viel Schaden. Oh, Feuerwicht. Hehe. Danke, mein Wömmchen. Okay. Okay. Ah, bin zufrieden. Okay. Okay. Ah, bin zufrieden. Oh, schon wieder Feuer, ne. Oh, und schon wieder. Okay. Na, lauf gut. Bin zufrieden. Boom. Haha. Hochzufrieden. Eh. Ich bin zufrieden. toET acrofeier. Feden. Oh! Hubschrauber, hallo, hallo, nimm mich mit auf deiner Reise, kann ich gerade nicht um, das ist auch gefährlich, ich muss das zuerst safe machen, dann, dann, jetzt. Ohne habe ich und ich habe einen Ultimate gefordert, sollte mein Team auf deiner Reise können. Ja, ja, na, schon drauf auch, sehr gut, geht durch. puh, ok, am Schluss, das machen mir noch Angst, meine Kollegen, yes! Prost. Prosecutor. ja ich schaue gerade auf dem computerbildschirm der hänger bis sie noch die spieler und es ist vorbei war echt so lange okay ja das ist einer der zwei gründe warum ich gerade im moment nicht gut mit streamen bin weil das wäre der bildschirm von dem ich aber ließ und manchmal ist er nur auf zwei sekunden manchmal auf eben so lang wie jetzt sehr ungeeignet aber trotzdem bedanke ich mir somit bei euch fürs zusehen und ja wir sehen uns dann das nächste mal zu som er ton online ranked battles und fjertig